Hi meine Lieben! Schön, dass ihr auf diesem Kanal gelandet seid. Ich bin ein Neuling, kann man besser sagen. Und zwar ist es heute mein erstes ASMR Video auf diesem Kanal. Ich konsumiere schon ASMR seit 2017 und ohne ASMR kann ich gar nicht besser einschlafen mehr. Deswegen ist für mich jeden Tag immer ASMR am Start. Und ich habe mir jetzt einfach mal spontan entschieden, auch mit Videos anzufangen. Ich bin etwas aufgeregt, weil das ja mein erstes Video ist und ich weiß nicht, wie es bei euch ankommen wird. Ich gebe natürlich mein Bestes, aber seid nicht zu streng mit mir, weil das erste Video ist immer etwas, naja sagen wir mal cringe. Und dann mit der Zeit verbessert man sich ja und man wird besser. Genauso wie vom Equipment her. Ich besitze noch kein Mikrofon, sondern ich nehme gerade dieses Video mit meinem Handy auf und mit meinem Headset verwöhren. Aber falls jeder mehr von mir sehen wollt und es gut ankommt, was ich hier mache, werde ich mir auf jeden Fall dann ein Mikrofon zulegen. Vielleicht auch schon am Blue Yeti, je nachdem. Und da es ja heute mein erstes ASMR Video ist, habe ich mir gedacht, ich bring euch mal ein paar Trigger mit. Vielleicht entspannt es euch. Für die mich ja noch nicht kennen, ich bin Mara. Ich habe ja schon einen YouTube-Kanal. Und zwar seit 2016 betreibe ich einen Bücherkanal auf YouTube. Da spreche ich nämlich über Bücher, rezensiere Bücher, zeige meine Bücher-Notzugänge oder mache verschiedene Texts. Falls ihr Lust habt, auf meinem Kanal vorbeizuschauen, da heißt es nämlich Lady Style Books. Würde ich gerne euch unten in der Videobeschreibung verlinken. Könnt ihr euch gerne mal vorbeischauen, falls es euch für Bücher interessiert. Genau, das war es dann eigentlich so von mir. Falls ihr natürlich mehr wissen wollt, könnt ihr natürlich gerne fragen. Aber ich habe mir gedacht, vielleicht werde ich dann auch mal ein Q&A starten. Dann könnt ihr mich einfach besser kennenlernen und mir mehr Fragen stellen. Damit ihr einfach wisst, wer ich überhaupt bin. Falls ihr Interesse habt. Würde mich auf jeden Fall freuen. Dann beginnen wir mal mit dem ersten Trigger, was ich mitgemacht habe. Und das wäre nämlich eine Bürste. Hier. Eine rosane Bürste. Ich liebe Rosa. Rosa ist natürlich meine Lieblingsfarbe. Und deswegen ist ja klar, dass ich eine rosane die Bürste habe. Ja. Das kann man natürlich mit der Bürste machen. Natürlich Tapping. Vielleicht kann ich euch sagen, welche meine Lieblings-Triggers sind. Welche ich so bevorzuge. Also ich liebe meistens gerne immer Tapping. Egal ob Slow Tapping. Langsam. Oder natürlich schnelles Tapping. Aggressives Tapping. Mag ich eigentlich beides. Ich kann euch gar nicht genau sagen, welches mir besser gefällt. Wie ihr schon gerade erwähnt habt. Ich mag einfach beides. Ich mag das gerne. Ich weiß, dass viele von euch auch Tapping mögen. Aber natürlich habe ich auch andere Favoriten. Ich mag zum Beispiel auch gerne Brushing. Mit dem Pinsel. Was gerade über das Mikrofon streicht. Oder natürlich Water Sound. Liquid Sound. Mit Flaschen. Das liebe ich auch total gerne. Oder einfach auch Scratching. Mag ich auch gerne. Ich mag eigentlich wirklich viele Trigger gerne. Oh, ich liebe diesen Sound von der Bürste. Oh, ich liebe diesen Sound von der Bürste. Sorry, schon mal den Voraus. Falls. Vielleicht gehen wir in der Grund, was ihr hören solltet. Aber ich wohne in nämlich einer Piki-Barre Straße. Wo die Autos hier vorbeifahren. Und dann kann es dir nur wieder mal vorkommen, dass ihr vielleicht ein Auto hört. Oder eventuell auch Kinder. Aber ansonsten bin ich froh, dass ich keine laute Nachbarn habe. Wie war denn euer Tag so? Einer war eigentlich bisher ganz okay. Ich bin heute Morgen sehr früh wieder aufgestanden. Da ich ja früh aufstehen bin. Ich liebe es, früh aufzustehen. Früher habe ich es total gehasst. Aber mit der Zeit gefällt man sich dran, früh aufzustehen. Wenn man berufstätig ist, hat man natürlich immer den gleichen Tagesablauf. Und dann steht man automatisch immer so früh auf. Früher bin ich aber auch besser. Dann hat man einfach viel mehr was vom Tag. Früher ist ja Wochenende. Samstag. Und Samstag ist mein Lieblingstag immer. Früher beginnt einfach das Wochenende. Und man weiß, morgen ist Sonntag. Da hat man auch noch frei. Und wie gesagt, ich bin heute Morgen früh aufgestanden. Hab lecker gefrühstückt. Und natürlich Kaffee getrunken, was bei mir einfach nicht fehlen darf. Ich kann mich jetzt nicht als Kaffee-Junkie bezeichnen. Aber ich mag einfach Kaffee sehr. Und wenn ich schon meinen Kaffee morgens nicht trinke, dann bin ich irgendwie so komisch drauf. Ja, und dann habe ich gemerkt, die Temperaturen steigen und steigen. Ich mag die Hitze. Ich will mich nicht beschweren. Weil ich bin ein absolutes Sommerkind. Aber wenn es dann über die 30 Grad ist, dann haut es auch mich weg. Deswegen habe ich beschlossen, heute Morgen schon in der Früh einkaufen zu gehen. Lebensmittel, was man halt einfach so braucht. Und seitdem die Geschäfte alle geöffnet sind, war natürlich viel los. Und unter den Masken und Schutzmasken, da kriegt man einfach sehr schlechte Luft. Und wenn die Läden verfüllt sind, das macht mich einfach aggressiv. Deswegen war ich froh, als ich wieder zu Hause war. So, dann habe ich noch ein Buch mitgebracht. Und zwar habe ich ja schon erwähnt, ich habe einen Bücherkanal. Und ich spreche gerne über Bücher. Ich lese gerne Bücher. Denn Bücher hören einfach zu meiner großen Leidenschaft. Alle meine größten Hobbys sind Lesen. Und deswegen habe ich natürlich ein Buch dabei. Eigentlich ist es egal, welches Buch das ist. Es geht ja gerade hier nur um die Sounds. Gerade die Hardcover-Variante hört sich immer gut an, anstatt so ein Taschenbuch. Und hier werde ich auch mal so ein bisschen drauf tappen, weil ich finde, es hört sich richtig gut an. Es ist gar nicht so einfach zu tappen. Es sieht immer zu einfach aus. Und jetzt habe ich immer gedacht, wenn ich gerade die anderen Ase-Bartisten sehe, da denkt man, ach, das kann doch nicht so schwer sein. Aber es ist gar nicht so einfach. Und ich habe ja keine Fake-Nate, sondern da sind meine echten Fingernägel. Ja, die sind recht kurz. Ich habe es mir vorgestern geschnitten. Oder besser, geschnitten. Ich stehe ja geschnitten. Kleine schneiden lassen, weil die einfach abgebrochen sind. Vielleicht muss ich einfach mal eine Nagelherde kaufen, damit sie nicht so schnell abbrechen. Aber ich neige dazu, so schnell, dass meine Nägel brechen. Ich weiß, Tabby hört sich viel besser an mit so vielen Nails. Aber ich habe ja keine, wie gesagt. Natürlich kann ich mir welche aufkleben. Könnte ich mir auch. Oder mir welche mal in Nagelstudie machen lassen. Aber ich hoffe, das stört euch jetzt nicht. Und ihr seid nicht allzu streng mit mir. Wie gesagt, seit 2017 konsumiere ich Ase-Bart jeden Abend vorm Einschlafen. Hör ich das an. Ich mag eher flüstern. Aber Softspoken mag ich natürlich auch. Aber nicht bei allen. Ich mag es lieber, wenn man flüstert. Aber es ist natürlich Geschmackssache. Ich habe ja wirklich viele Ase-Bartisten, die ich sehr gerne mag. Gerade im deutschsprachigen Raum schaue ich mir es fast jeden an. Und wirklich auch fast jedes Video, wenn ich ehrlich sagen muss. Klar, wenn ich es nicht schaffe, alle Videos immer gleich anzuschauen oder anzuhören, dann kommt es immer auf die Später-Anziehen-Liste. Und dann nach und nach schaue ich sie an. Oder höre sie an. Wobei, seit ein paar Monaten höre ich auch Ase-Bart nachmittags an. Gerade, wenn ich von der Arbeit komme und abschalten möchte, ist es einfach richtig gut. Und zu relaxen, zu entspannen. Alles darum muss ich vergessen. Dann höre ich gerne auch Ase-Bart nicht um Abend, bevor ich schlafe. Sondern natürlich auch am Nachmittag. Habt ihr vielleicht Lieblings-SMA-Testen? Ich kann euch jetzt gar nicht genau sagen, wen ich bevorzuge, weil es gibt so viele großartige SMA-Künstler, von denen man einfach echt was lernen kann. Muss ich ehrlich sagen. Da kann ich gar nicht mithalten. Aber man soll sich ja nicht mit anderen vergleichen. Sondern man soll einfach das machen, worauf man Lust hat. Und nicht jeder Mensch ist gleich. Wäre ja schlimm, wenn jeder gleich sein würde. Wie schon am Anfang dieses Video euch gesagt habe. Das soll einfach reinen Spaß sein. Hier. Und es soll nicht zum Zwang ausatmen. Aber falls es, wie gesagt, euch gefällt, was ich hier mache, dann werde ich auf jeden Fall weitermachen. Mögt ihr eigentlich mehr Videos, wo viel gesprochen wird, geflüstert oder softspoken? Oder einfach nur reine Trigger-Videos? Ich liebe es einfach, mit euch zu plaudern. Auch wenn ich euch nicht kenne. Oder ihr mich nicht kennt. Es macht trotzdem Spaß, zu kommunizieren. Und eventuell vielleicht einen lieben Kommentar zu bekommen. Ich würde mich wirklich freuen, über jeden einzelnen Kommentar von euch. Und ich würde sie natürlich alle beantworten. Oder natürlich gerne ein Like. Oder natürlich ein Abo. Da würde ich mich wirklich riesig freuen. Ich weiß nicht, ob ich gerade viel zu viel quatsche. Ob das euch stört. Oder, wie gesagt, wollt ihr mehr Trigger-Videos? Wo es nur um die Sounds geht und nicht so viel gequatscht wird. Also No-Talking-Videos. Dann habe ich natürlich auch so Kringly-Sounds. Ich habe eben hier Wochenende einen Block gekauft. Mit einer Katze drauf. Und mit einem Stift. Und ich denke, das ist ein Radiergum. Ich weiß es nicht genau. Aber ich schreibe mir gerne Notizen auf. Ich weiß, richtig Oldschool-mäßig. Greeny-Sounds mag ich auch gerne. Ich mag diese Songs echt. Ja. Oder ich schreibe gerne auch Zitate auf. Ich weiß, wer schreibt denn heutzutage noch? Per Hand. Weil alles natürlich online stattfindet. Digital. Aber früher zum Beispiel. Da habe ich gerne Briefe geschrieben. Per Hand. Nicht per PC. Ja. Das war noch Zeit. Aber ich habe wirklich einen neuen Blog gebraucht. Um Notizen aufzuschreiben. Und da ich eine große Katzenliebhaberin bin. Und selber zwei Katzen besitze. Ich musste das natürlich mit. Weil ich es gesehen habe. Es ist eine Katze drauf. Es ist rosa. Was gibt es denn Besseres? Ja. Also ich habe zwei Katzen. Und zwar. Eine britische Kurzsackkater. Und eine Persol-Rackdoll-Mix. Nix. Sie sind beide mein Ein und Alles. Ich lebe Tiere über alles. Wirklich. Aber Katzen geben einen so viel wieder zurück. Genauso wie Hunde auch. Aber ich bin eine große Katzenliebhaberin. Und. Jeden Tag, sobald ich aufwache, freue ich mich, meine zwei Wellenlasen zu sehen. Jetzt bin ich aufwachen. In diesem Video aber aufwache, wir müssen ja einige Er Braunfuss kommen. Ich bin ein Ergabe von Physics. Das war auch schon mal. Sehr gut. Wirklich. Los drauf. Wirklich. 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 Dann habe ich noch eine Creme dabei. Und zwar eine ganz normale Handcreme, Intensivschutzcreme mit Kamelle. Ich neige natürlich dazu, da sehr trocken Hände zu haben. Gerade wenn man zu viel Hände wäscht und desinfiziert, ihr kennt das bestimmt. Deswegen, ihr wisst gar nicht, wie ich die letzten fast zwei Jahre so viel Handcreme verbraucht habe. Okay, das ist abnormal. Aber was soll ich machen? Es gibt dann gleich auch noch Hand-Sounds. Hand-Lotion-Sounds finde ich auch toll. Ich denke, mit der Zeit werde ich mir natürlich auch einen Green Screen holen. Denn Green Screen finde ich recht toll, wenn man zum Beispiel gerade die Rollplays machen möchte. Denn mit so einem Hintergrund ist natürlich nicht so ideal. Aber ich denke gerade für die Anfangszeit, wenn man Rollplays macht, mit einem ganz stinknormalen Hintergrund ist es nicht so tragisch. Aber ein YouTube-Kanal wächst natürlich. Das Equipment wächst. Man wird einfach besser. Und man ändert natürlich was an seinem Kanal dann. Rollplays finde ich auch großartig. Schau ich mir auch sehr gerne an. Ich hoffe, ihr könnt die Sounds hören. Ich weiß es natürlich nicht. So, jetzt werde ich meine Hände einmal eingecreben. Ups, ich glaube, das war etwas zu laut. Das beruhigt mich auch selber, gerade ich es im Ahr zu machen. Nicht nur selber an, nicht nur selber zu schauen, sondern natürlich auch selber zu machen. Da wird man selber richtig müde, habe ich das Gefühl. Ich bin mir wirklich, wie gesagt, nicht sicher, ob ihr die Sounds gut hören könnt. Falls ihr Video-Wünsche habt oder Anregungen, dann immer her damit. Schreibt es mir doch gerne in die Kommentare. Ich versuche natürlich, Video-Wünsche einzugehen oder natürlich etwas zu verbessern. Ihr könnt es mir gerne schreiben. Ich bin wirklich kritikfähig. Aber hoffentlich werdet ihr mich nicht, wie soll ich sagen, ihr werdet mich beleidigend. Weil das soll natürlich nicht das in der Sache sein. Ja, ich sehe schon, das Video geht schon über 21 Minuten und das war es von mir auch. Ich hoffe, euch hat das erste ASMR-Video gefallen. Ich bin etwas aufgeregt, muss ich ehrlich sagen, wie die Resonanzen sind von euch, wie es da draußen ankommt. Ich habe keine Ahnung. Aber ich versuche es jetzt einfach mal. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt oder? Nein, Spaß. Aber ich werde natürlich das Video dann heute hochladen und ich werde einfach mal abwarten, was ihr dazu sagt. Und dann hoffe ich mal, dass euch dieses Video gefallen hat, dass ihr mehr von mir sehen wollt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Restwochenende. Macht das Beste draußen. Das war's von mir. Und bis dann. Macht's gut. Bye.